Der Röhmputsch, ja das ist eine Sache, die man immer wieder hört, sowohl im Geschichtsunterricht als auch bei irgendetwas anderem, aber was sich wirklich hinter dem Röhmputsch verbirgt. Und alles was ihr dazu wissen müsst, das erzähle ich euch jetzt. Der Röhmputsch war ein gewaltsames Unternehmen, das Adolf Hitler gegen Ernst Röhm und die Führung der SA Ende Juni bzw. Anfang Juli 1934 durchführen lässt. Da die Nationalsozialisten im Sommer 1934 ihre Macht so gut wie vollständig etabliert hatten, gab es fast nur noch Vereine im Inneren der Partei und gegen diese wendet sich dieser Putsch auch. Ernst Röhm ist zu dieser Zeit Stabschef, also der Führer der SA, der zu diesem Zeitpunkt ungefähr 4 Millionen Männer angehören. Die SA ist zu diesem Zeitpunkt sowas wie der Schläger-Trupp der Nationalsozialisten. Ernst Röhm ist außerdem ein alter Kollege von Adolf Hitler und war schon beim Putsch von 1923 dabei. Doch die beiden verfolgen andere Ziele. Röhm will zum einen eine Volksmiliz unter seinem Kommando gründen, indem er mit der SA die Reichswehr einnimmt und zum anderen will er noch eine soziale Revolution durchführen. Das bedeutet, dass die Verhältnisse von Arm und Reich in Deutschland sich völlig neu verordnen würden. Da selbst nach Hitlers Machtübernahme die SA immer noch Angst auf den Straßen verbreitet, hat sich Röhm in der Reichswehr, aber auch in der eigenen Partei viele Feinde gemacht. Aus diesem und weiteren Gründen, wie zum Beispiel teilweise auch Röhm's Homosexualität, lässt Hitler Röhm und die SA-Führung am Morgen des 30. Juni 1934 festnehmen und er verhaftet Röhm sogar persönlich. In den darauffolgenden Tagen werden deutschlandweit die führenden SA-Männer und politische Gegner ermordet oder ins KZ gebracht. Hitlers Rechtfertigung für diese Taten ist, dass Ernst Röhm einen Putsch geplant hatte. Diese Gerüchte wurden von der SS schon im Juni 1934 auf den Straßen verbreitet. Daher auch der Name Röhm-Putsch. Doch dies war natürlich eine Lüge Hitlers und er wollte nur seine politischen Gegner aus dem Weg räumen. Nur einen Tag danach wird Ernst Röhm im Gefängnis ohne einen Prozess einfach erschossen. Die Ermordung der führenden SA-Mitglieder und Ernst Röhm selbst trägt den Namen der Nacht der Langen Messer. Nach diesen Ereignissen spielte die SA keine besonders große Rolle mehr und die Nationalsozialisten hatten ihre Gleichschaltung somit beendet. Danke erstmal fürs Zusehen und falls ihr noch an anderen Geschichte-Themen interessiert seid, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, weil da kommen regelmäßig Videos zu Themen der Geschichte. – Das war's für شere Absolvent aber. – Das war's für Sie so.